Ich lerne Deutsch. Nummer 13945 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist wirklich wunderbar, dass es heute so viele Möglichkeiten gibt, sich zu vernetzen und auf dem Laufenden zu bleiben. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann eine entspannende Form der Erholung sein. Verwöhne dich selbst. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann eine entspannende Form der Erholung sein. Verwöhne dich selbst. Jetzt muss ich nur noch die Rechnung bezahlen, und dann gehört das neue Kleidungsstück mir. Das Wort beliebt wird verwendet, um Personen, Orte, Dinge oder Aktivitäten zu beschreiben, die von vielen Menschen geschätzt, gemocht oder häufig genutzt werden. Das Wort beliebt wird verwendet, um Personen, Orte, Dinge oder Aktivitäten zu beschreiben, die von vielen Menschen geschätzt, gemocht oder häufig genutzt werden. Das Wort beliebt wird verwendet, um Personen, Orte, Dinge oder Aktivitäten zu beschreiben, die von vielen Menschen geschätzt, gemocht oder häufig genutzt werden. Da habe ich gemerkt, dass sich meine harte Arbeit wirklich gelohnt hat. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.